Mit welchem Dialekt kann ich Ihnen heute helfen? Mit Hessisch bitte! Gerne. Hi, Gude, ich bin Dominik, 31 Jahre, geboren in Frankfurt am Main. Ich mache allmöglichen kreativen Krempel so im Internet und ich babbel ganz wunderbares Hessisch. Kannst du es nochmal auf Hochdeutsch sagen? Hallo, ich bin Dominik, 31 Jahre, geboren in Frankfurt am Main. Ich mache ganz wunderbaren kreativen Krempel so im Internet und ich spreche ganz wunderbares Hessisch. Was wäre denn so ein Satz auf Hessisch, der mir im Alltag weiterhilft? Hä? Hä? Ja, gut, perfekt, genau so. Das ist doch kein Satz. Hä ist der hessischste Satz, den du sprechen kannst. Du bist neu irgendwie in Hessen, du läufst durch Frankfurt, dann schaust du dich einfach ein bisschen in der Gegend um und hä? Was würdest du sagen, ist das Besondere am hessischen Dialekt? Sätze werden einfach abgebrochen, also haben wir, wird so Hammer oder glaube ich, glaub ich oder es wird einfach so ein bisschen abgebrochen. Danke Dominik. Ja, sehr gerne, sind wir fertig oder was? Hä? Tschö. 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 Tö. 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 Vielen Dank.